Ok Yo Leute und damit Willkommen zu das bekloppten Projekt The Next Generation mit dem Flash Und den Rest von den Namen sah ich nicht, da hab ich kein Bock drauf Außer Centos Ja Mit dem Black Pass auf mein Video fängt an mit Fick dich Ich zeig jetzt einfach nur wer drauf ist Meinst du ich sag einfach wer hier ist? Hallo Was? Einfach so Und es geht Der Spacken WTF ist auch dabei wieder Hi Blick Lenny ist nicht dabei, den interessiert keinen Hallo, ich dachte Lenny wird der next YouTuber of the world Siehste Lenny ist nicht da Ja und Denny die Fotze kommt auch noch Irgendwann mal Ja irgendwann mal Das könnt ihr doch nicht in der Aufnahme machen Was? Ja klar mit dir ja Könnt ihr doch aber Ja So Black machst du da jetzt irgendwas wichtiges? Jetzt gehst du einfach mal näher Der schreit immer noch so rum Hm Weil ich gleich eben das ME für 30 Sekunden ausmachen muss Ja Aber vorher brauche ich noch was Oh nein Die Mopsense ist leer Mensch Wie sind wir zu dem Punkt gekommen? Vielleicht kannst du mir noch mal nen Heimer bringen? Nö Kannst du selber holen Okay was da? Tolles Stück alter Mach doch einfach mal selber Oh stabil 50 Dingen sind's Brutig Krass das ist Hallo Hallo Ich guck mal dir Ich guck mal dir Wie saust du mit einmal Flügel eigentlich? Wann hast du wieder das Hat sie das grad fertig gemacht wahrscheinlich ne? Jo Katze Das ist das Impport Alter Rotoren mach doch einfach mal hier ne? Benny Ok Bluffflufffluffflufff Bluffflufffluffflufff Blufffluffflufff Blufffluffflufff B basic Bluffblufff Blufflufff juk Vamos Bien Nein, zähl ruhig. Ähm, ja. Willst du dich bitte mausgehebt, dann xyl? Nö, ich mach's nicht. Ich hab Bock. So. Ich brauch dich ja nicht, warum mach mich? Ich mach nur nie. Tschüss! Tschüss, hat's Maul. Tschüss, Mutter. Alles nicht hin. Ah, lass die Hunde raus. Kein Problem. Nein, noch nicht. Irgendwann mal. So, nur mal zur Erklärung für mein Abonnenten. Halt's Maul. Doch, ganze elf. Ja, cool. Elf war's. Hättest du die elf mal selbst abonniert, Lenny? Youtube im Bunker. Ich hab's schon mitgekriegt. Du hast vor unendlich File Infinity, ne? Ja. Äh, ne, ne. Jetzt Maul. Du hast eh keiner. So, Centos. Du hast kein Abonnenten, halt ab morgen. Ich hab gesagt, dass der Miniskei aus. Ciao. Noch läuft das. Extrakt. Adrian hat ganz, äh, einen Abonnenten. YouTube-Kanal? Ja, dein YouTube-Kanal. Krass, wusste ich gar nicht. Du hast die ganzen Disketten raus, ne? Klar. Hab ich doch gesagt. Das mach ich kurz auf. Meine Mutter hat's ja mal. Du musst die mal im Unterwandern, die Festplatten hier. Unterwandern oder wo mal die Festplatten? Dann platziert die oben. Nach tausend Jahren. Der soll ja auch... Ach, nein. Der bindet die ernsthaft hier nicht an? Noll. Ne. Keine Ahnung. War doch so, ne? Ne. Die nicht. So. Die bindet ja an. Nicht weil. Keine Ahnung. Da oben. Ah, jetzt. Black. Black. Scholl, wieder aus. Moment. Kommt auch immer was. Kommt gleich wieder. Will ich hoffen. Me. Einbar nicht. Dum dum. Die Festplatten weird. Wird. Geil. Das ist. Aschloch. Fehlen aber oder welche, ne? Ja, ja. Das was ich brauchte hab ich schon raus... Oh, heiz's maul. Das was ich brauchte hab ich schon rausgenommen. Nee, wird nur gemobbt. Wir können ihn doch nicht immer so mobben. Der ist auch ein soziales Tier. Nein. Er ist unser, er ist, er ist unser Versuchsobjekt, ja? Ja. Eine Besserung in die soziale Ebene. Hm. Hat sozial gesagt? Ja. Schawool. Schawool. Controller. Nice to know. Nice to know. Black. Ach, ja. Nö. Black, bist du fertig? Ja, du kannst es machen. Und die Roller. Dankeschön. Und ich hab so grad nicht etwa hingekriegt, dass ich mehr Steam in mein... über die Turbine bekomme, oder? 3... 4... 5... 6... 7... So. 3... 4... 6... Joaah, du Schwachgatt. Was ist mir das? Das ist später so groß. Wenn ist das? Warte mal... Mach ich das andere mal nochmal auf. Was brauche ich denn dafür? Nein, mein Jetpack ist leer. Ja geil! Yay, hast du gut gemacht. Du hast nicht. Du hast nie was. Sagst du jedes Mal. Oh, hab ich mal mit der Mutter gehört. Ach ja. Das war das nicht, das war nur ein Unfall. Das hat deine Mutter auch gesagt, ne? Nee, nee, das war Nenys. Ach, ob sie dir gerade gehört hat. Und dich enttäuschen. Enttäuschen? Enttäuschen. Ach ja, Kinders. Ihr seid mir schon welche. Du bist ne Lady. Worum hab ich euch nur aufgezogen? Du bist jetzt aufgezogen. Was? 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 Niemals. Warum nicht kritikieren? Halt's maul, Lenny, echt. Was? Was denn? Bei Lenny kommt aber ja unnötiger Mist raus. Was? Ja, kann ja auch nix anderes außer in nötigen Slabern. So auch nicht. Doch, ich kann sowas gut. Ja? Ja. Seit wann? Genau. Äh, Gänster-Poto-Extrakt? Was machst du da, Black? Ich wollte grad die Pickles rausprobieren. Ja, warum reißt du da jetzt nur die Wand auf bei Flash? Ist klar. Was? Wo hat er was gemacht? Hat er schmähig gemacht. Okay, dann sag ich nix. Dann ist alles gut. Dann brauchst du ja nix sagen. Ja, meine Turbine mach ein Kirft. Ein Kirft? Hm. Kann er eins Kirft machen. Jetzt muss er schon eins gemacht. Eins Kirft. 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 Und dieser gottverlaupte Buffer füllt sich, weil diese Kabel zu scheiße sind. Was für scheiße bist du, das wissen wir. Wechsel. Gleich ein Kabel genommen hat. Nein. So, das weg. Das weg. Warum nehm ich auch die Tiere, die so 180 transportieren können? Alle nicht. Wieder ein Kirft. Los, Koi, jetzt geht mal eben aus. Danke, Regie. So. By the way, kann ich meinen Sauerstart zurückhaben? Nö. Wer hat ihn denn eigentlich? Keine Ahnung, aber im White. Deck? Ne. Ach ja. Oh, Mann. Oh, Frau. Wow. Der ist bestimmt schon so ein Mal despawned. Hm. Ob wir was despawnen lassen, ist klar. Danny. Den Server despawnen nix. Ist nicht zu geil für. Ähm. Ihr saugt nur einfach alles an. Ups. Äh. Ist ja gar nicht übertrieben gewesen. So. Liegt der Mikrofon über das nicht. Nein. So. Überhaupt nicht. Muss ich für jeden Crafting Terminal anlegen. Worum das denn? Falls mir mehr Leute craften müssen. Ich glaub schon. Malst du nicht jeden ein oder was? Nö. Aber zu drei oder so. Crafting. Ach komm, Mann. Ok, Monitor hab ich nicht. Warum hab ich hier nochmal diese schlechten Conduits benutzt? Ach genau, ich war grad da. Ach so. Wie eben also. Drei. 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 Ihr habt so einen Schaden. Drei. 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 Hä? Nehm nur Saft, Alter. Saft, Saft OP. Aber ich hab keinen. Oh, die will ich denn. Der ist nicht mehr im MME-System. Du willst jetzt nicht mit mehr Aufnahme machen, weißt du? Oh, Nocke. Der will jetzt so richtig was essen. Das meint er. Ach so. Ah. Jetzt gerade hab ich auch so. So, ihr könnt hier vorne alle craften. Ganz in Ruhe. Boah, wie scheiße ist es, dass sie mit hier alles verlegt, Alter. Das ist immer richtig. Der Conduit hab ich natürlich da gelassen, ist klar. Immer dasselbe. So. So. Meine kleine Kinders. Deine kleinen Kinders? Ja. Ach, ich bin wundersortig. Neben der Truhe können jeder von euch craften, muss ich auch noch ein Schild dran machen. Stimmt für jeden von euch. Mhm. Weg da. Weg da. Ganz gleich da hinten craften. Vielleicht ist es wieder böse. Nein, ich muss eben was craften, dann könnt. Können alle da hinten craften. Ja. Ich brauch trotzdem mehr essen. Ah, jetzt kannst du wieder arbeiten. Nee, trotzdem brauch ich noch essen. Ich hab keinen Ahnung. Ich brauchte immer ganz, ganz viel essen. Du verwirrst mich. Hör mich, Herr. Äh. Haben wir nur ein Teaserrackt? Ein Teaserrackt? Also nicht. Teaserrackt? 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 Teaserrackt?